Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tele-Stammtischs. Ich habe hier den lieben Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und gemeinsam mit mir hat er, Sie waren mal, Stars angesehen. Es ist eine Mockumentary von Malte Wirz, Holger Bülow und David Kramer. Dauert ungefähr 73 Minuten, hatte seine Uraufführung bereits am 17.09. in Berlin und soll am 14.10. in die Kinos kommen. Lars, worum geht es dann in Sie waren mal Stars? Ich heiße Lasse. Lasse, um Gottes Willen, sorry. Aber Lasse ist die Koseform von, nein, Lasse ist die Koseform von Lars, also passt das schon. Kein Problem. In der Mockumentary geht es um die beiden Schauspieler David Held und Helma H. Hunsen. Welche die Stars von einer YouTube-Serie namens Kreuzköln-Cops waren. Und sie versuchen quasi an ihren Erfolg anzuknöpfen, sozusagen. Und die Mockumentary folgt ihnen auf dem Weg zu einem Filmfestival, welches sich nicht als die Art von Filmfestival herausstellt, welches sie sich vorgestellt haben. Sie besuchen einige ehemalige andere Stars aus ihrer Serie und versuchen ansonsten einfach miteinander klarzukommen und vielleicht irgendwie die Tatsache zu überdecken, dass sie eigentlich ziemlich unbekannt und doch ein bisschen lächerlich sind an sich. Und das ist eigentlich der Inhalt dieser Mockumentary. Ja, sehr schön zusammengefasst. Ich fand ihn tatsächlich ein bisschen schwierig zu erfassen, als ich den Film gesehen habe. Deswegen bin ich ganz froh, dass du die Zusammenfassung gemacht hast. Und zwar, die Kreuzköln-Cops, die gibt es ja wirklich, die Serie. Das wusste ich vorher nicht. Kanntest du die schon? Auch nicht. Okay. Nee, gar nicht. Und die zeigen am Anfang den Vorspann der Serie. Dann dachte ich, oh, das ist nice. Das ist schön irgendwie authentisch und trashig. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Moment, das ist echt. Das muss echt sein. Habe nachgeforscht. Ja, es gibt es tatsächlich. Habe mir dann auch ein paar Folgen angesehen nach dem Film. Und da dachte ich mir, oh, da muss es ja vielleicht irgendwie verdient sein, wenn das irgendwie vielleicht so ein Kultding war. Das Ding ist, das war es gar nicht. Dieses Ding ist so nischig. Ja. Das ist nämlich echt Frage, welche Daseinsberechtigung halt diese Mockumentary überhaupt. Vielleicht wollen sie ja tatsächlich auch ein bisschen an ihren alten, in Anführungsstrichen, Erfolg anknüpfen. Weil ich kannte die tatsächlich auch noch nicht. Habe mich gewundert als eigentlich ziemlich großer Trash-Film-Liebhaber, dass die einfach so an mir vorbeigehuscht ist. Weil die hat auf jeden Fall Trash-Potenzial. Ich fand die auch ziemlich witzig. Aber ja, irgendwie hat mich die Mockumentary damit nicht so ganz abgeholt. Wie ging es dir? Ich, ungelogen, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe bisher. Wow. Hartes Urteil, aber würde ich mich anschließen. Oh Gott. Schon nach zwei Minuten. Ja. Ich habe dir nach zwei Minuten geschrieben, this was a horrible mistake. Ja, absolut. Und ich kann es immer noch nicht ganz erfassen. Ich bin so froh, dass das nur 70 Minuten waren. Und trotzdem fühlte sich das an wie drei Stunden teilweise. Absolut. Das ist ein Versagen auf allen Ebenen, die es ging. Ja, man hatte ganz, ganz viele Cringe-Momente, ganz, ganz viele flache Witze, wenn man das schon so sagen darf. Also ein Zitat ist mir ganz besonders im Kopf hängen geblieben. Ich melde mich dann bei dir über Tinder. Und ja, wahrscheinlich haben sie versucht, darauf anzuspielen, dass die ganzen alten, großen Größen, die es damals auf YouTube gab, ja, die feiern sich vielleicht noch so ein bisschen ab, aber sind halt eben völlig aus der Zeit gefallen mittlerweile. Was ich irgendwie eine harsche Kritik finde, weil wenn man Coldmirror und Co. ansieht, die können da immer noch gut mithalten. Ja, also ich hatte auch ganz häufig so den Eindruck, sie haben versucht, so ein bisschen Bohrrad-Elemente mit reinzubringen. Ich fand es ganz, ganz schlimm. Also es war wirklich so billiger Abklatsch und selbst als Trash-Liebhaber hat es mich dann sehr oft geschüttelt. Und das sage ich, ich liebe zum Beispiel The Room, da schüttelt es einen permanent durch, aber das war irgendwie selbst nicht auf dem Niveau erreicht. Ja, und The Room ist halt eben auch unfreiwillig doof, wo du halt, du spürst die Sincerity von Tommy Wiseau, der hier ein echtes Drama machen will und so. Und im Fall von der Originalserie Kreuz Köln Cops, ich habe ein paar Folgen gesehen, ich muss sagen, ich fand es eher so leidlich witzig. Es hatte so ein bisschen was vom, so ein bisschen Vibe von diesen Kids on the Block Zeug. Ja, genau. Hat definitiv ein bisschen was davon, aber ansonsten ist es einfach halt, weiß nicht, so ein paar Spinner kommen zusammen und machen irgendwas, das ist okay. Ich mochte, ich mochte den Look von all dem und ein bisschen was vor diesen handgemachten billigen Effekten und all das, aber es ist, ich fand es nur leidlich lustig insgesamt, leider. Ich meine, es fühlt sich ein bisschen so an, wie halt, wenn man halt als Kinder irgendwas filmt, aber das Ding ist, das sind erwachsene Menschen und das macht es irgendwie noch so ein bisschen extra komisch. Traurig? Ja, traurig auch, halt wenn das jetzt nur Kinder wären, dann fände ich das noch um ein Vielfaches charmanter. Ja. Aber dadurch, dass es einfach Erwachsene sind, die es irgendwie besser wissen müssten vielleicht. Und das Problem ist auch, und das ist ein Riesenproblem mit dieser Dokumentation, diese beiden Figuren. Und ich bin mir sicher, die Schauspieler sind bestimmt irgendwie nette Typen, vielleicht sogar gewillte Typen. Die sind tatsächlich auch gar nicht schlecht. Die haben auch schon in anderen guten Serien oder Filmen mitgespielt. So ist es nicht. Die sind auch gar nicht so unbekannt. Das Problem ist, die beiden fiktiven Typen, eben David Held und Helmer Hunsen, sind die unliebenswürdigsten Knallchargen, die du dir vorstellen kannst. Das sind wirklich, denen siehst du nicht gerne zu, in keinster Weise. Ja, sie bedienen halt zwei komplett eingefahrenen Klischees eigentlich, hatte ich so den Eindruck. Das war ganz, ganz schlimm. Den einen, der halt hält, ist halt derjenige, vor allem optisch und von der Stimme her wirkt er wie der Bruder von Conny Dux, was schon mal so irgendwie so Nullcharisma, also wie gesagt, die Figur selber. Wo es dann halt einfach so dieses, dieses super halt, oh ja, ich bin, ich bin cool und all das und ich bin so übermotiviert. Und dann hast du Helmer Hunsen, der so eben vollkommen halt, der, der im Prinzip halt schon mit dem, mit dem Leben abgeschlossen hat in irgendeiner Form halt, der halt so wirklich so komplett, der ist die ganze Zeit steif, der ist deprimiert, die liegen sich andauernd in den Haaren. Es ist einfach nur, es ist nur Streit, es ist furchtbar gestellst und den siehst du nicht gerne zu, überhaupt nicht. Es ist einfach nur, du willst, dass die, dass die Kamera woanders hindreht und schrecklich und die, und richtig geil auch, weil mir ist was aufgefallen, eine sehr interessante Formel bei den YouTube-Videos. Die erste Folge, weil das kam ja alles so vor elf Jahren raus und ich hab mal nachgeschaut und das sagen die nämlich auch in der Mockumentary selber. Die erste Folge hat etwas über 5000 Aufrufe, 5056. Die zweite Folge. Wie viel? Die zweite Folge 2294. Ja, wow. Die dritte, die dritte Folge 1179, Folge 4, 849. Wow, das spricht Bände und ich glaube, damit können wir das, unser Fazit auch ganz gut abschließen. Wir sind gespannt, ob das überhaupt ins Kino kommt und wenn es tatsächlich ins Kino kommt, ob es das Kino überhaupt überlebt. Ähm, ja, wir sind nicht so überzeugt. Falls es euch trotzdem neugierig gemacht hat, guckt einfach rein, aber erhofft euch nicht viel zu viel. Damit würde ich mich... Es gab... Ja? Oh ja, ja, okay, ja, sag weiter. Ja, ich hätte schon damit abgeschlossen. Lieber Lasse, hast du denn noch ein Abschlusswort? Äh, mein Abschluss... Oh Gott, ey. Ähm, es gab so drei Momente, wo ich kurz schmunzeln musste und zwei davon waren im Prinzip derselbe Gag, wo halt im Prinzip die streiten sich übelst und dann fragt halt der Interviewer, wie ist denn die Stimmung zwischen ihnen und beide so, ah, sehr gut, alles Gute. Und, ähm, da war das Timing gut. Ansonsten ist es eine unfassbar peinliche Angelegenheit von, von erwachsenen Männern in dieser Art von Sache zu sehen, halt solche Männer, die es besser wissen sollten. Äh, es wirkt wirklich, es wirkt jämmerlich, es wirkt pathetic, es wirkt wie, oh bitte beachtet uns, halt und das wäre ein bisschen, ich weiß nicht, begründbar, wenn es tatsächlich etwas wäre, was Leute gesehen hätten. Also wenn es auf etwas passiert, was Leute wirklich gesehen hätten, aber es ist nicht der Fall. Ohne Scheiß. Ich hab auf meinem YouTube-Kanal Videos, die haben mehr Aufrufe als die Folgen von, von dem hier. Und, äh, also, wie? Wie, wie kann sowas sein? Und dann wird darauf basierend so ein Ding gemacht, wo die dann einen Kino-Release draus machen wollen. Ähm, ich hab das perfekte Fazit. An einer Stelle im Film machen die beiden so eine Musiknummer, da spielen sie beide einen Song, einer auf der Gitarre, der andere auf dem Akkordeon, und da fragen sie ihren Kameramann, na, wie war's? Und der Kameramann sagt, war scheiße, nee, wirklich. Und ich dachte so, das perfekte, der perfekte Poster-Satz. Ja. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Dieses Ding war nahezu unerträglich und ich habe es gehasst. Ja, dem kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Und ich glaub, es, ja, wir brauchen da auch nicht mehr weiter drüber zu reden. Wie siehst du das? Oder hast du noch mal irgendwas, was du kurz abranden möchtest und dann hast du's von der Seele? Oh Gott, was kann ich da noch dazu sagen? Ja, ich glaub, oh Gott, ist dann... Ich, 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 ich kann nicht mehr. Es ist einfach, das, das ist eine, eine peinliche Frechheit. Ja. Das ist alles. Ja, gut. Und damit würde ich mich auch anschließen und, ja, vielen Dank, Lasse, für dein Fazit. Von mir gibt's das Gleiche. Du hast es wunderbar zusammengefasst und damit... Dankeschön. ...freue ich mich auf das nächste Mal, hoffentlich bald. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du, vielen Dank, dass du meine Gefährtin warst hier bei dieser Reise in die absolute Unterhölle. Sehr, sehr gerne. Gerne wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Vermeide dieses Ding wie die Pest. Ja. Tschüss, tschüss. Tschüss. Sie waren mal Stars. Ja, und tschüss.